Herzlich willkommen zum ersten Modul des Kurses Musikdidaktische Konzeption. In dieser Videoreihe werden wir uns mit den verschiedenen gesellschaftlichen und gesellschaftspolitischen Bedingungen im Kontext musikalischer Bildung zu Beginn des 20. Jahrhunderts auseinandersetzen. Man könnte vielleicht auch darauf verzichten und denken, dass das ja alles schon viel zu lange her ist, um wirklich noch Auswirkungen auf die heutige Situation des Musikunterrichts zu haben. Aber ich bin anderer Meinung. Tatsächlich denke ich, dass wir stark geprägt sind von den Grundgedanken und Überzeugungen, die sich im Laufe der Jahrzehnte zur Musikpädagogik gebildet haben. Ich denke zum Beispiel, dass ohne die Jugendmusikbewegung, um die es zunächst gehen soll, die musische Erziehung sich nicht so entwickelt und auch nach dem Zweiten Weltkrieg in vielen Köpfen gehalten hätte. Ohne die musische Erziehung wiederum wäre es sicherlich nicht zu Adornos Thesen gegen die musikpädagogische Musik gekommen. Und dann wäre da noch die Reform der Lehrerausbildung durch Leo Kästenberg zu nennen. Er hat im Preußen der 30er Jahre einflussreiche curriculare Änderungen politisch vertreten, in deren Nachfolge die Ausbildung der Schulmusikerinnen auch heute noch steht. In dem Zusammenhang stellt sich auch die Frage, was eigentlich die Musikpädagogik in der Zeit des Dritten Reichs ausgezeichnet hat. All diesen Themen werden wir in diesem Modul nachgehen. Bei den in diesen Videos vorgestellten Themen handelt es sich nicht um ausgefeilte Konzeptionen im eigentlichen Sinne, sondern eher um grundsätzliche Einstellungen zum Musikunterricht und zum musikalischen Lernen beziehungsweise um größere gesellschaftliche Bewegungen, die teilweise parallel verliefen, teilweise aufeinander Bezug nahmen oder sich voneinander abgrenzten. Dass die Themen nun in kleinere Abschnitte unterteilt werden und auch in eine Reihenfolge gestellt werden, dies geschieht, um mehr Klarheit zu schaffen. In Wirklichkeit sind sie inhaltlich vielfach miteinander verwoben und nicht eindeutig chronologisch aufeinander aufbauend. Bitte behalten Sie dies beim Anschauen der Videos immer im Hinterkopf. Geschichte selbst ist niemals so klar und eindeutig, wie wir sie erzählen, um sie zu verstehen. Hier also die verschiedenen Stränge, die Sie verfolgen können. Musikunterricht im Dritten Reich, Musikerziehung Teil 2 und Adornos Kritik